Musik Gesunde Ernährung ist aufregend, sexy und bunt. Und genau das ist Metabolic Balance auch. Es geht nicht nur darum, gesund zu werden, sondern auch gesund zu bleiben. Musik Der Deutsche Filmpreis und Metabolic Balance passen auf vielen Ebenen zusammen. Eins ist für uns immer wichtig, also ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Vielen herzlichen Dank an Metabolic Balance, Anner Keller und Birgit Funfack. Liebe wunderbare Nominierte, wir alle feiern euch. Musik Für uns sind diese Partnerschaften einfach so wahnsinnig wichtig. Die Metabolic Balance ist ja auch dadurch, dass es darum geht, dass es den Menschen gut geht, ein Ernährungsprogramm ist, geht es einfach sehr, sehr gut zusammen. Und das ist doch das, was wir in dieser Branche alle brauchen. Wir brauchen alle wahnsinnig viel Energie. Und deswegen sind wir Metabolic Balance wahnsinnig dankbar, dass sie dabei sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020